Bei dieser Entspannungsübung wird das Nichtdenken erleichtert, weil Sie sich durch die Konzentration auf Ihren Bauch sehr gut ablenken. Nach ein bisschen Übung wird es Ihnen gelingen, tatsächlich so viel Kraft zu tanken, dass Sie wieder fit und frisch Ihrer Tätigkeit nachgehen können. Das Ganze ist dem Powernapping übrigens ganz ähnlich. Eine andere Art der Akkuladung stellt der Denksport dar. Ich meine da jetzt nicht nur Kreuzworträtsel lösen oder Schachspielen, das auch, sondern vielmehr tatsächliche körperliche Betätigung. Wenn mich etwas beschäftigt oder ich mit mir ins Reine kommen will, ich auswege Situationen suche oder einfach nur abschalten will, setze ich mich auf mein Rennrad. Zu Beginn noch über Dinge grübelnd, erfahre ich mir im wahrsten Sinne des Wortes mit jeder Kurbelumdrehung mehr und mehr Entspanntheit. Das Schöne an Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Langlaufen ist, dass durch die zyklische bzw. wiederkehrende, das Weiterkommen erst ermöglichende Bewegung eine gewisse Monotonie entsteht. Und genau diese Monotonie lässt mich ruhiger und entspannter werden, Stress abbauen und neue Kräfte für neue Herausforderungen sammeln. Dann fahren wir Menschen natürlich gerne auf Urlaub, genießen den Ortswechsel, sind mit Menschen unterwegs, die wir lieben oder mit der lieben Familie. Studien besagen allerdings, dass erst ab dem 8. oder 9. Tag die richtige Entspannung einsetzt. Zu dem Zeitpunkt wird der Urlaub aber oft schon fast wieder zum Stress. Wir wissen natürlich um diesen Umstand, stellen uns darauf ein und es gelingt uns tatsächlich den Gehirnwindungen, die für die weiterhin optimale Funktion notwendige Regeneration zukommen zu lassen. Und eine klasse Farbe gibt es noch obendrein. Neue Eindrücke und Erkenntnisse sammeln, einmal im Jahr richtig abhängen, ist ungemein wichtig. Wir können von Körper und Geist nicht immer nur nehmen. Die beiden halten zwar wirklich viel aus, wir müssen ihnen hin und wieder aber trotzdem etwas zurückgeben. Diese Erkenntnis allein ist schon viel wert. Oder ganz etwas anderes. Wer von Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, hat auf dem Auto als extra wunderschöne Alufelgen aufgezogen? Immer wenn ich diese Frage im Rahmen meiner Vorträge stelle, bleiben ziemlich viele Hände unten. Mache ich dann die Gegenprobe? Witzigerweise auch. Ist ja nicht wirklich etwas zum Genieren, so ein Satz Alufelgen, wo doch die Alufelge ungemein wirtschaftlich ist. Sie senkt den Spritverbrauch und damit auch den CO2-Ausstoß. Ist aerodynamisch unglaublich effizient und schaut mega hammermäßig aus. Zumindest, wenn das Auto steht. Fährt es, sieht es keiner. Nicht einmal der Lenker selbst. So ein Pech aber auch.